Dieses Jahr gibt es in Luzern keine Messe. Aber das ist kein Problem. Die Voliere, unsere Bar vom Dreifach, hat hier auf der Inseli trotzdem off. Und zwar bis Ende Oktober. Warum die Voliere sowieso besser ist als die Messe, das klären wir jetzt. Es ist sicher ein weniger gestunken als an der Messe. Wir bieten euch Ferien in Luzern an. Mit einer Oktoberkarte, die wir dann haben. Mit feinem Grip. Oder ähnlichem Külbi-Essen einfach besser. Man hat halt den Platz auch, um wirklich ein wenig anzuhökeln oder sich zu treffen. Was man an der Messe nur eigentlich am Boxkasten kriegt. Natürlich auch mit dem Radio. Also gute Musik. Nicht zu retten und Külbi-Musik, die eigentlich keiner an der Messe vermisst. Wir haben immer etwas Neues. Es ist immer wieder eine Überraschung, die Voliere einzukommen. Es gibt also genug Gründe, warum die Voliere cooler ist als die Messe. Am besten überzeugst du dich selber. Wir freuen uns auf dich, wenn du hier auf der Inseli vorbei kommst. Bis Ende Oktober haben wir off. Bis Ende Oktober-